Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute mache ich ein Experiment. Ich bin mitten in einem Maisfeld und ich werde meinen Mais-Salat heute selber machen. Dafür muss ich ein paar Maiskolben pflücken. Das ist eine kleine. Ich pflücke jetzt ein paar Maiskolben und wir sehen uns dann später in der Küche, wenn ich meinen Salat zubereite und esse. Bis später. Tschüss. So, mein Mais-Salat ist fertig. Das ging zack, zack. Änguette. 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 Änguette.